ja halli hallo wir sind wieder in last epoch gelandet und probieren mal wieder unsere segen zu verbessern schauen wir mal ob uns das gelingt sind level 94 so uns jetzt hier mal noch twitch auf um zu gucken ob auch alles startet so und habe gehört dass das funktioniert dann gehe ich wieder ins discord ja dann lasst uns loslegen die zählen als dina die zählen als dina genau und was ich dann gelesen habe ist du skalierst auch die hp also das minion leben das skalierst du mit weil der ja sagt ja hier anzeigen der dina lp für schutz gewinnen 4 prozent das heißt wenn dein dina 1000 leben hat bekommst du 4 prozent die zählen sind und diese tausend lege ich jetzt kurz wenn du dich in der tv schlägst diese mauern hüttest du schlägst du hast die mauer auf die kohle und dann wurde auch eine kohle und dadurch kriegst du dann halt auch neben dem wort was ich jetzt hier unterführt habe Aber das ist die Idee, das Spiel spielt und die dort irgendwas eben zu spielen. Jaja, jaja, also das ist auf jeden Fall komplexierter. Aber das ist ja gut. Also das ist vorhin nur ganz viel angefangen zu spielen. Aber das ist immer nicht fertig geworden. Ich bin wieder froh, dass man vorhin nicht das einschaut. Ich bin wieder froh, dass man nicht das einschaut. Ich bin vorgekehrt worden. Guck mal, da könnte man ja noch nicht mehr wissen. Ach, ich durfte von Level 2 in 8 sehen. Ach, ich durfte von Level 2 in 8 sehen. Nein, aber der ist noch nicht mehr. Ich kann mal zusammen laufen. Ich kann mal zusammen laufen. Ich kann mal zusammen laufen. Danach. Geht's dir damit besser? Alles auf gut. Gut. Also ich sag mal so, bei den Hungern, das braucht es jetzt noch nicht. Obwohl ich bei Deutsch war nicht nur. Aber ich möchte das jetzt halt jetzt für mich spielen. Weil ich noch fünf Jahre irgendwo nicht gehe. Und dann die Sauerkrankung nehmen. Ich sehle wenigst. Ichцеhle wenigstens. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Yeah. Das war's. 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 Ich muss. Das war's. Ja. 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 Das war's. 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 Ja. Das war's. 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 Yeah. Das war's. 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 Ja, ich will dir das echt so verstellen, diese Dinger hier zu spielen, ne? Ja, weil der dich halt umsetzt. Obteilen kannst, ne? Ja, gut. Nee. Hier ist noch eine Brühe, ne? Das wird cool. Oh meinst du kannst du mal mit dir? Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020